Hallo ihr Lieben, ich möchte euch mal wieder ein Update geben, wie es mir geht. Ich habe mich mal in meine Garderobe verkrochen, in der ich schon, ja, Ewigkeiten nicht mehr war und dementsprechend ist es auch hier vollgestopft. Alles, was Gina ist, ist natürlich hier drin gelandet und, naja, schon ein bisschen chaotisch. Darum geht es aber nicht. Ich hatte mich bei euch nicht mehr gemeldet nach der letzten Chemo, am 12.01. hatte ich ja meine letzte Chemo und, ja, die hat sich natürlich auch bei mir wieder bemerkbar gemacht. Das heißt, mir ging es nicht sonderlich gut, ich war und bin völlig kraftlos, was wahrscheinlich aber noch den zweiten Hintergrund hat. Ich hatte euch erzählt, ich habe eine Bronchitis, es stellte sich dann später raus, dass Jörg und ich beide Corona hatten und haben es in dem Sinn gar nicht so groß mitbekommen. Ich war fieberfrei, habe nichts von dem Corona mitbekommen und das Einzige, was geblieben ist und das habe ich bis heute und durch die Chemo auch noch verstärkt, ich bin völlig, völlig, völlig kraftlos und schlapp und kaputt und dementsprechend geht nicht allzu viel. Jetzt sind wir schon wieder so weit, dass ich diesen Donnerstag die nächste Chemo bekomme und ich weiß natürlich auch eins, dass das mich wieder sehr runterziehen wird, emotional und auch körperlich. Man darf eins nicht vergessen, vor der Chemo am 12.01. hatte ich fast drei Monate lang keine Chemo. Das heißt, mein Körper hatte Zeit, sich zu regenerieren. Diese Zeit habe ich natürlich aktuell nicht mehr. Das bedeutet, dass eben die Chemo am Donnerstag mich noch weiter runterziehen wird, weil ich bin ja noch gar nicht richtig wiederhergestellt und dann kommt die nächste Chemo drauf und so geht das dann, wupp, 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 peu a peu wieder mit mir bergab. Es ist leider auch so, dass sich meine Werte verschlechtert haben. Ich hatte, wie sich herausgestellt hat, in den drei Monaten, ja, haben sich meine Werte verdoppelt. Es ist aber immer noch alles im grünen Bereich. Ich bin immer noch im Normalbereich. Normalbereich 2 bis 4. Ich bin bei 3. Vorher hatte ich 1,4 oder sowas. Und jetzt habe ich 3, nein, 1,7 hatte ich und dann 3,4. Sowas. Genau. Wir hoffen natürlich, die Werte jetzt wieder runterzudrücken. Das ist das große Ziel. Und wir werden sehen, wenn sie nicht weiter runtergehen, dann habe ich ein großes Problem. Aber so weit wollen wir gar nicht denken, sondern einfach versuchen, positiv zu bleiben. Ansonsten gibt es bei mir eigentlich auch nichts Neues zu berichten. Alles beim Alten. Mir fehlt die Show, die Bühne sehr. Nicht mal Gina, aber mir fehlt die Bühne. Mir fehlt es, meine Musikanlage aufzubauen, auf einer Bühne zu stehen und singen zu können. Das fehlt mir unglaublich sehr. Ja, ich kann auch zu Hause hier singen, aber es ist was anderes. Wenn man auf einer großen Bühne steht und man hat diese besondere Akustik dazu und alles, das ist schon eine ganz andere Schiene. Und das fehlt mir wirklich unglaublich sehr. Aber wir werden sehen. Ich melde mich bald wieder bei euch. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao.